Das Testo 300 macht Abgasmessungen mit seiner intuitiven Bedienung zum Kinderspiel. Im Standby-Modus ist es blitzschnell einsatzbereit, ohne nervige Wartezeit beim Hochfahren. Dank der strukturierten Menüführung haben Sie alle Messwerte jederzeit im Blick. Anschließend einfach die Kundendaten und die Messstelle aus dem integrierten Adressbuch auswählen. Die Ansicht ist individuell konfigurierbar und lässt sich per Zoom-In-Funktion einfach vergrössern. Danach das Gerät mit den Magneten am Brenner festmachen, den Verbrennungslufttemperaturfühler und die Sonde in das Abgasrohr stecken. Nun einfach die Messung starten. Nach der Messung die Messwerte direkt im Gerät speichern. Das Messprotokoll mit Angaben zum Kunden, Messwerten und der Heizungsanlage kann mühelos vor Ort erstellt werden. Noch schnell vom Kunden unterschreiben lassen und direkt per Mail ins Büro schicken. Fertig. Bei schlechtem Empfang bleibt die Mail im Postausgang und wird später automatisch versendet. Bei Bedarf kann das Protokoll auch vor Ort mit dem optionalen Bluetooth-Drucker ausgedruckt werden. Mit dem Testo 300 erledigen Sie Ihren Messeinsatz einfach und schnell und schließen ihn inklusive Dokumentation direkt vor Ort ab.